Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Nutz Reality auf der Grünfelder Land. Schönes Bläuschen gehabt mit dem Herrn Oberhauser, Postbote. Cool, hat mir das Gemeindeblatt vorbeigebracht. Da gucken wir doch gleich mal rein, wenn wir auf dem Rückweg sind, hier nach dieser Reihe. Kommen wir ja jetzt so GPS-mäßig nebenbei kurz lesen. Oh ja, hier steht es auch drin, 150.000 will der Grünen. Und hier ist das Gemeindegebäude. Neu. Ach nee, jetzt bauen die da, das ist nicht mal gebaut, da wollen die schon wieder was umbauen. Was das uns wieder kosten wird, ey. Ja, der Steuerzahler, der zahlt es ja, ne. Einmal kurz wenden, dann können wir weiterlesen. Oh, und hier ein Bericht über die Agrargenossenschaft. Wer hat denn den reingeschickt, ey, ans Gemeindeblatt? Interessant, interessant. Ist schon richtig, ist schon richtig. Ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr darauf. Ah, ich kann mich noch nicht durchringen. Ähm, das wird es... Das wird es einstampfen wieder. Noch bin ich nicht bereit dazu. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, wie das weitergeht. Weil, wie gesagt, jetzt ist der Müller-Steppan, ist jetzt wieder nicht da. Er guckt jetzt wieder nicht nach seinen Schäfchen. Na ja, verhungern die. Oder sonst irgendwas. Kriegt das Veterinäramt wieder auf den Hals getrieben. Dann muss er wieder Strafe zahlen. Oder sonst irgendwas. Volker Baunado. Hallo, Volker. Ich bin Neumann. Servus. Du, ich habe mitbekommen, dass... Also der... Dein... Dein Anwalt hat mich gefragt wegen der Rechnung. Weil der Schari Krüger bei mir aufgewartet hat, ne? Ja. Der hat, äh... Mir eine Rechnung von 185.000 Euro für meine Maschinen. 185? In der Zeitung steht nur 150. Und gemeint. 150.000... Ja, aber 185.000. Ah, ist dann noch mehr. Ja. Und ich bin nicht bereit, das zu zahlen. Und jetzt... Ich habe mitbekommen, dass du auch irgendwie viel zahlen musstest. Hm, bei mir waren es 116. 116? Ja. Ich habe ja nicht so viele Maschinen wie du. Ja... Also... Ich habe die Rechnung mir genauer angeschaut und ein Dresch... Also mein Drescher... Hm. ...hat schon alleine 45.000 oder so gekostet. Puh. Kannst du dir bald einen neuen leisten? Ja, von dem Geld kann ich mir wirklich irgendwann einen neuen kaufen. Okay. Jo, ich weiß auch nicht. Ich habe... Er soll sich mal drum kümmern, mit dem Krüger reden, ob der sich da verrechnet hat oder keine Ahnung was. Ähm... Ich habe ihn Anfang der Woche auch mal gefragt, den Herrn Weber. Aber er kam wohl noch nicht dazu, das zu klären. Äh, okay. Ja, ich wollte... Ich wollte dir nochmal... Also... Ich habe deinen Anwalt jetzt auch praktisch mal bei mir eingeschaltet, dass... Ja, was heißt denn hier? Mein Anwalt, ja? Das ist ja sein Business. Ja. Aber ich habe ihn jetzt auch mal eingeschaltet. Ja. Weil mir das... Weil mir das echt zu viel für eine Wartung ist. Und vor allen Dingen, du wartest ja nicht nur einmal im Jahr, sondern... 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Das macht denn im Jahr dann ungefähr fast zwei Bille aus. Äh, einen Haufen Geld, ja, auf jeden Fall. Da kannst du dir... Weiß nicht. Ganz viele andere Sachen vom Kaufen. Könnte. Ja, könnte. Ähm... Jo, aber du, wie schaut es denn aus mit meinem Geld? Das reinige Thema, wie immer. Ja, überweist mir das doch. Weißt du, wenn ich eine Strafe zahlen muss, dann zahle ich ja die Strafe sowieso. Also ich verstehe nicht, weshalb du da Geld zurückhältst. Ich kann nichts sagen. Ich soll das vom Jäger aus. Aber der ist ja schon wieder gefühlt den ganzen Monat im Urlaub. Weiß auch nicht, was bei denen los ist. Hä, ich dachte, du hältst das zurück. Ich soll das vom Jäger zurückhalten. Was hat der denn zu sagen? Ja, weiß nicht. Er hat mich beten, das zurückzuhalten. Wie viel waren die Steuern eigentlich, die ich zurückbekomme? 27.200. Aber weil er nicht da ist unter uns, zeige ich sie dir endlich mal aus. Ja, weißt du, vor allem, dann hätte ich, ich hätte es ja dann verstanden, wenn du wenigstens, oder wenn ihr wenigstens die, ähm, den Strafbetrag einbehalten hättet. Aber dann zu sagen, ich behalte das Doppelte, das ist Dreifache. Ja, jetzt hast du das ausgezahlt bekommen. Dann kann ich das, dann kannst du mich jetzt auch nicht mehr damit nerven. Ja, das ist schon mal sinnvoll. Weißt du, ich, ich finde nämlich, dass ein Jäger da ist, da bist du ein bisschen zickiger geworden. Zickig. Ah. Ja, zickig ist vielleicht das falsche Wort, aber so, weißt du, so, unfreundlich. Unfreundlich? Man tut was, man kann. Unfreundlich ist vielleicht auch das falsche Wort. Aber so, ich weiß auch nicht. Du mal, das richtige Wort. Das ist schwer. Ähm, Moment, ich muss kurz hier. 300. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ja. Ähm. Ich hatte nur in den Steuern, Einnahmen, welche die Steuern, also die Steuern, welche ich auch mache, habe ich gesehen, dass der Wind auch irgendwie da ne eine Rechnung von 30.000 oder so für zwei Fahrzeuge hatte. Ja, 30.000 hat er mir gesagt gehabt. Einzigtausend für zwei Fahrzeuge ist aber auch schon sehr überteuert. Ist sportlich, ist sportlich, ja. Also das Halbjahr, dann hat er ja tatsächlich, warte mal, 180. Da ist es ja bei uns beiden schon über 300.000. Im Gemeindespelstand stand nämlich circa 300.000, aber dann ist er ja deutlich über 300.000. Und ich will ja auch nicht wissen, wenn die Blaubeeren reparieren lassen. Oh. Die haben noch mehr Fahrzeuge als ich. Die könnten schon mal Insolvenz anmelden. Ja, ich glaube, ich rufe den gleich mal an, dass die schon mal Insolvenz anmelden können. Ja, ich rufe mal die Blaubeeren an. Ja, bis die Tage erst mal. Ja. Ciao. Alter. Hat der sogar noch mehr? Da muss der sogar noch mehr zahlen. Ui, ui, ui. So, jetzt machen wir das Feld hier nochmal. Was heißt nochmal? Noch. Und dann können wir morgen früh, denke ich, drüben auf dem ersten Pachtfelder, wo das Elefantengras drauf war, können wir den Pflanzenschutz drauf machen. Dass uns das nicht weggammelt. Ich bin mal gespannt, ob das Saatgut hier überhaupt reicht. Ich befürchte nicht. Ich befürchte, ich muss nochmal auftanken. Ich glaube, das Feld hier, das ist ein bisschen größer als das andere. So, warte mal, ich muss hier notieren. Wo ist mein Stift? Hier ist einer. 27 200. Das ist fast eine Kreditrate, weißt du? Steuer. Ähm... Steuer. 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 Äh, und, äh, 3.900. Steuer haben wir auch schon gezahlt diese Woche. Und sonst glaube ich noch nichts. So, guck ich gerade noch mal rein. Der Rocken, ja, immer noch ungefähr gleich. Der lohnt sich noch nicht. Ich finde es ja auch interessant, dass der, der, der Oberhauser, dass er sagt, der braucht eine Million für Equipment. Du musst doch halt mal klein anfangen. Weißt du, also nicht hier gleich die größten Maschinen kaufen. Man kann ja auch online gucken oder auch mal gebraucht kaufen oder sonst irgendwas. Ja, aber ich glaube, die heutigen Bauern, die wollen alle nur noch neu, neu, neu. Ich meine, wir sind jetzt bald zwei Wochen, zwei Jahre im Geschäft. Und haben uns wirklich von klein, klein, klein hochgearbeitet. Hat eine ganze Weile gedauert. Ich weiß noch, damals habe ich angefangen mit Schafen. Vielleicht wäre das auch eine Idee, zu sagen, ich kaufe dem, äh, Stefan Müller seinen Hof ab. Ich kaufe ihm seinen Hof ab und er arbeitet für mich. Ich meine, ich habe damals schon Schafe gemacht. Ich kaufe ihm seinen Hof ab. Er zahlt. Weil das ist so weit weg. So weit weg. Wenn das nicht so weit weg wäre. Aber dann wäre es unter meiner Kontrolle. Daran denke ich ja eher. Könnte ich ein bisschen, bisschen mehr die Fäden ziehen. Ja, ich glaube, das wird nichts. Aber wegen der Entfernung. Hauptsächlich. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Wir haben sowieso genug zu tun. Also, wenn ich mir jetzt noch, wenn ich mir jetzt noch die Arbeit mache, äh, einen weiteren Hof zu betreiben, dann kann ich mich, glaube ich, gleich verbuddeln gehen. Weil dann, äh, komme ich gar nicht mehr zu irgendwas. Hmm. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, gut, gut Ich bin mal gespannt, wie morgen früh der Preis für den Rocken ist Das könnte uns ein ganz gutes finanzielles Polster geben 130.000 haben wir Wenn wir 100.000 300 Euro kriegen würden Ein Drittel Wären 40.000, dann würden wir 160.000 machen 160.000 wäre schon ein ganz gutes Stück Müsst mal überlegen So, ich werde jetzt hier aber erstmal weitersehen Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da Schaut morgen wieder rein Bis dahin, macht's gut Tschüss